Nominiert in der Kategorie Umwelt und Nachhaltigkeit sind Mittleres Rabtal – Projekt Boden, von dem wir leben. Die Gemeinden Eichkögel, Feldbach, Kirchberg-Anderab und Paldau organisieren Veranstaltungen, um über die Auswirkungen des Klimawandels zu informieren. Kleinregionssüdliches Weinviertel – Projekt Bodenverbrauch und Ortskernentwicklung 13 Gemeinden, eine Position. Mit unterschiedlichen Maßnahmen widmet sich dieses Projekt der Aktivierung von leerstehenden Wohngebäuden und ungenutzten Baulandflächen. Moosburg in Kanten – Projekt Klimafitnesscenter für Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen sind für fast 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Im Klimafitnesscenter werden CO2-Emissionen erlebbar gemacht und Trainingspläne erstellt. Moosburg in Kanten 5 Minute 8. 9. 10. 14. Untertitelung des ZDF, 2020